Hallo, hier sind wir bei Let's Play Worms for Maiden, Xbox. Ja, und... Also, es ist eigentlich ein sehr witziges Spiel. Mit Würmern, die Waffen haben. Ja, und jetzt bin ich mir erst mal still und spiele. Die coolste Waffe, wo ich finde, ist die heilige Handgranate. Ja, eine sehr gute Waffe. Weil wenn du einen richtig triffst, ist er sofort tot. Tulip ist dran. Ja, ich bin dran. Habt ihr das gesehen mit einer Zielflugrakete? Oh, nein. Oh, je. Oh, ein Dynamit. Oh, nein, ein Baseballschläger. Aua. Das hat wehgetan. Aber keine Sorge, ich werde es schon packen. Und seht ihr, ich bin auf einem draufgelandet. Jetzt eine Dynamitsteine und jetzt könnt ihr gleich sehen, wie er explodiert. Oh. Aua. Das hat sehr, sehr wehgetan. 79. Fransnitz. Oh, eine Granate. Wird er treffen? Oh, ja, er hat getroffen. Oh, und er hat gleich noch eine Mine ausgelöst. Das war ein sehr guter Zug von dem Computer, aber er wird mich nicht fertig machen. Und da vorne ist Erik und hier ist Joker auf Wien. Seht ihr, hier habe ich eine Landmine. Oh, ja, jetzt könnt ihr sehen, wie er explodiert und wegfliegt. Oh, eine sehr böse Explosion. Wird er tot sein? Oh, nur 26. 20. Ich weiß nicht. Vielen Dank. Oh, das war verschossen. Und jetzt kommen Minen. Eric ist dran. Er nimmt eine Bazooka. Wird er mich treffen? Uh, er hat mich getroffen. Torell, wo ist dein Handy? Ähm, jetzt Blinkers. Mit der Strohflinte gegen den Kopf. Und gleich nochmal gegen den Kopf. Und er ist tot. Fratnitz ist dran. Er hat sich selbst getroffen mit seiner eigenen Bombe. Und er hat sich selbst getroffen. Und ich habe ihn getötet. Und ihn habe ich auch getötet. Jetzt ist nur noch einer da. Was ist das? Ja. Ich habe ihn nicht getroffen. Schade. Er hat mich mit der Bazooka getroffen. Ich habe ihn nicht 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 getroffen. Tschüss.